Das Turnen ist sehr vielseitig. Wir turnen an vier verschiedenen Geräten beim Frauenturnen. Das fordert den ganzen Körper heraus. Es ist eine Mischung aus Eleganz, Kraft und Schnelligkeit. Bei den Olympischen Spielen in Tokio will ich vor allem mein bestes Turnen zeigen können. Das, was ich in den letzten Jahren hart erarbeitet habe. Ich habe mich nicht auf ein Resultat festgelegt. Es könnte sich ein Mehrkampffinale ausgehen, wenn alles nach Plan läuft. Aber auf das fokussiere ich mich nicht. Einfach im Hier und Jetzt zu bleiben und mich aufs Turnen fokussieren zu können. Mit Vorarlberg verbinde ich vor allem die Berge sowie auch der Bodensee und die kleinen Flüsse dazu. Und natürlich Heimat ist für mich Familie und Freunde und ein Ort, an dem ich immer wieder gerne heimkomme. Einer meiner Lieblingsplätze hier in Vorarlberg ist die Karrenkante hier auf dem Hausberg in Dornbirn, weil es einfach einen tollen Ausblick hat. Man ist von der Stadt schnell auf den Berg. In der Natur kann man vor allem abschalten und die Gedanken etwas baumeln lassen. Da mein Lebensmittelpunkt momentan in den Niederlanden ist, die sehr flach sind, bin ich immer froh, wieder einmal in das Bergland zurückzukehren.